Kultur öffnet Welten in Potsdam. Musik schafft Perspektive, heißt es im Dreiklang von Kammerakademie Potsdam, einer Grundschule und Stadtteilbegegnungszentrum Oskar in Drehwitz. Und Musik schafft Begegnungen zwischen einem professionellen Orchester, Schülern und ihrem sozialen Umfeld. Dazu gehört auch ein Stadtteil macht Oper. Im Begegnungszentrum Oskar arbeiten Musiker und Schüler jedes Jahr an einem gemeinsamen Opernprojekt. Kulturelle Bildung heißt das Ziel, das durch musikalisch-künstlerische Workshops, Mitmachkonzerte und Probenbesuche realisiert wird. Solche Aktivitäten schaffen Gemeinsamkeit und zwar ungeachtet der sozialen oder ethnischen Herkunft. Und ganz nebenbei erstrahlt ein Stadtteil am Rand in neuem Glanz. Musik 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 Musik